Bevor es so richtig losgeht, meine Lester-Schwestern und Königsanwärter, schaut doch einmal bei mir im Fanshop vorbei, damit ihr auch so richtig ausgerüstet seid, wenn es wieder hier richtig rund geht. Link findet ihr natürlich hier in der Beschreibung. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem neuen Video und zwar mit Zuschauerclips Folge 7. Jawohl, und es ist wieder soweit. Und meine Lester-Schwestern, ihr seid wieder am Start, denn er wird unter anderem heute auch gesucht. Der König des Tages. Ich habe so das Gefühl, dass wir da, glaube ich, auch mehrere Könige haben. Und ja, liebe Freunde, Ohren wieder zuhalten. Es kann wieder laut werden. So, nicht, dass die kleinen Mimosen sich wieder beschweren, dass das ja zu laut ist. So, ihr seid hier warnt und ich würde sagen, es geht los mit unseren beliebten Fabi. Und ja, und ich würde sagen, den Finger lege ich schon mal bereit. Obwohl, nee, hier ist noch nicht. Ah, hier noch nicht. Pass auf. Obwohl, ah, nee, noch kein König. Und zwar, hier benutzt jemand die Linkserpikerspur zum Überholen von den Armen Fabi. Und ja, ein bisschen leiser kann ich ruhig machen. So, weiße Vorhersicht. Graf Olaf. So, wir werden überlegt, jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, warte mal, warte mal, warte. Ist doch korrekt. Wir haben hier eine durchgezogene Linie, wir haben hier eine gestrichelte Linie, eine unterbrochene Linie. Und von der Seite her, wo die unterbrochene Linie langführt, darf man überholen. Ja, pass auf. Geht ja noch weiter. So, jetzt ist hier nur eine durchgezogene Linie. Und unser Graf Olaf von zu, ja, wird jetzt hier auch noch frecherweise überholt. Das muss man doch wissen. Dass man den Herrn Grafen nicht so überholen darf. Und dann noch Kolonne. Sachen gibt's. So, und dann hat mir André ein Video geschickt. Und ich weiß nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, André wollte wissen, ob das nicht so, ob das okay ist, weil vor ihm LKW durchgezogene Linie. Was hätte ich an seiner Stelle gemacht? Weil, glaube ich, irgendwie, André, du kannst mir gerne nochmal schreiben und sagen, wenn ich da falsch liege. An deiner Stelle, André, also ich würde hier auf keinen Fall überholen, weil A, durchgezogene Linie und Kurve. So. So, und du siehst schon, der LKW, der braucht auch schon ein bisschen Platz. Der rutscht ja schon von seinen Fahrstreifen rüber in den Gegenverkehr. So, und jetzt setzt André an zum Überholen. Kann ich nicht gut finden. Somal auch jetzt hier wieder die unterbrochene Linie anfängt. Ja, hier hättest du überholen können. Auch wieder kurz vor einer Kurve. Und tatsächlich kommen da noch welche. So, bei uns geht's weiter mit Blue Lion Electric. Und hier folgendermaßen. Erstmal hier wunderschöne Landschaft, der alle schön weiß. Die Straße, es geht bergab. Kurvig, feucht. Es sieht kalt aus. Könnte glatt sein. Und wenn da jetzt in der Kurve jemand parken würde, holler die Waldfee, das wäre ja gefährlich. Und da steht wirklich einer. Da steht einer mit Warmblink. So, Blue Lion möchte natürlich sagen, dass das nicht geht. Und jetzt kommt das allerhärteste. Aber ich habe doch Blinklicht an. Na dann, Entschuldigung. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist natürlich, also wenn man jetzt Warmblink anmacht, ist natürlich die STVO komplett ausgehebelt. Das wusste ich nicht. Und dann war ich anscheinend blind, weil das Blinklicht, das Licht geht ja um die Kurve. Also wenn ich komme, hätte ich eigentlich das Blinklicht sehen müssen. Tut mir leid. Ich habe das Blinklicht an. Blinklicht macht man nur an, wenn Panne ist oder wenn du um ein Stauende fährst. Auch nicht in der zweiten Reihe. Da wird das Blinklicht nicht angemacht. Ich weiß es auch nicht. Weiter geht's, komm. Zello! Zello, warte mal! Zello, mein Lieber! Warte mal, ich muss das mal hier ein bisschen kurz, wegnehmen. Mein Logo verdeckt Zellos Logo. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wer Zello nicht kenne. Zello in meiner Twitch-Aktivität war Zello meiner Hauptmods. Das war mein Bro, mein Flügelmann. Der war auch immer, wenn er es konnte, immer live mit dabei, mit Stimme, als Off-Stimme und er war ein Zuschauerliebling. Und er schickt mir jetzt auch mal was zu. Oh, 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 oh. Wir sehen hier schon die Pfeile, die sagen, so, Digga, du musst rüber, denn es wird einspurig und danach wissen wir ganz genau, was kommt, oder? Nach den Pfeilen. Was hörst du denn für eine Mucke, Digga? So, und da ist es schon! Sperrfläche! Ha, ha, ha! Ich hab doch gesagt, es gibt hier jede Menge Könige heute, liebe Freunde. Es gibt hier jede Menge Könige heute, wieder. Ah, herrlich, 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 herrlich. Zello, Grüße gehen raus, mein Freund. Danke für das Video. Oder hast du noch eins? Hast du noch eins für mich? Jo, er hat noch eins für uns. Und zwar, da kommt jemand und, äh, nimmt uns einfach die Vorfahrt. Wir haben eine einmalige Vorfahrt, interessiert ihn nicht, weil er sieht eine Lücke, die es gar nicht gibt. Und zack, raus, Zello muss abbremsen. Und, äh, ja, weiter geht's. War ja nicht das Einzige. Pass auf. Wir stehen hier an der Ampel. So, wir wollen, äh, abbiegen. Zweispurig geht es hier links rüber. Bedeutet also, wenn wir auf der ganz linken stehen, kommen wir, wenn wir abgebogen sind, auch links an. Also schön eng rum. Wer rechts steht, mit einem großen Bogen rum, um rechts anzukommen. Eigentlich ganz logisch. Eigentlich. Aber der eine oder andere, naja. Wir achten auf den Transporter. Und da. So was. So was, so was. So. Bei uns geht's weiter. Mit Kalt. Ich. Kalt. Ich. Kult. Ich. So. Was passiert denn hier überhaupt? LKW, Motorradfahrer, der will vorbei. Was? Ha? Kannst du mir bitte erklären, was hier los ist, bitte? Erklär mal. Ganz groß. So. Bei uns geht es weiter, liebe Freunde. Wir sehen hier zwei rote Ampeln. Oh oh. Ihr wisst, was kommt. Schon mal Ohren zuhalten. Ich kann's ja nur noch sagen. Ohren zuhalten. Oh, das hat die Waldweh. Zwei Ampeln mit einmal. Das bedeutet zweimal Führerschein weg. So. Wir sind mit unserem Bauleiter unterwegs. Wer kennt ihn nicht? Den Newton. Und was entdeckt er hier? Unseren nächsten König. Ei, 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 ei. Das geht heute hier wie Brezel backen. Pass auf. So, wir sind mit Domi 26 unterwegs. Und Domi, ja, er hat mir zu diesem Video gesagt, ich hab mich auch nicht so ganz korrekt verhalten. Aber, oh, warte mal. Ich sehe gerade. Ne, das muss hier wieder richtig gemacht werden. So. Guckt ihr das an? Autobahnauffahrt. Wir wissen, was jetzt kommt, oder? Vor uns wird geschlichen. Und Domi gibt nochmal richtig Gas. Muss dann aber wieder abbremsen. Und der Rote ist unter, also das Taro sagt jetzt hier gerade, 69 kmh. Leute, wenn ihr auf der Autobahnauffahrt seid, Einfehlungstreifen, Neudeutsch, yalla, Gas geben. Gas, Gas, Gas. Das kann doch nicht sein. Denn ihr müsst, ihr müsst mindestens über 90 fahren, damit ihr keine Probleme mit den LKW-Fahrern bekommt. Ja, weil die fahren 80, 90 auf der Autobahn. So, das ist ein Riesenproblem jetzt hier. Jetzt muss Domi auch noch abbremsen. So, und jetzt kommt die Aktion, wo Domi sagt, war jetzt auch nicht so geil von mir. Domi, muss ich dir leider sagen, ja, ich kann dich da aber vollkommen verstehen. Aber ja, ich muss das auch sagen, das ist ganz schön enge. Das ist ganz schön enge. So, bei uns geht's weiter. Wir bleiben bei Domi 26. Und düsen hier schön lang. So, und jetzt, ich sag immer zu meinen Fahrschülern, ab der 300-Meter-Barke, die wir jetzt hier sehen, diese 300-Meter-Barke, hauen wir den Blinker auf rechts. Zeig den Leuten immer rechtzeitig, was du vorhast. Und was du vor allem vermeiden sollst, ist erst das rote Licht und dann das gelbe Licht. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo rechts parken willst, mach zuerst den rechten Blinker an, damit auch jeder weiß und versteht, okay, der Blinker ist an, jetzt wird er langsamer, der will doch hier bestimmt parken. Das bringt dir nichts, wenn du eine Parkluke siehst, dann auf die Bremse drückst und dann erst den Blinker machst. Weil da musst du hoffen, dass der hinter uns eine richtig gute Reaktionszeit hat und nicht als Sport Schach gewählt hat, eine Reaktion wie ein Schachspieler. Ja, deswegen. So, wir schauen uns jetzt mal an, was Domi 26 hier so passiert ist. Ich ahne nichts Gutes. So, wir werden hier schon überholt, weil der ja jetzt so komisch langsamer wird. Ja, so. Und jetzt bremst der ab und jetzt kommt erst der Blinker. Und das noch auf der Autobahn, so eine Aktion? Nee. Warum ab der 300-Meter-Barke wird der Blinker auf rechts getrimmt? Ja? Damit hinter uns jeder Bescheid weiß. Und dann versuche, du kannst ja schon mal runtergehen von Gas, das ist ja kein Problem. Sieh zu, dass du nicht unter 90 kommst. So, wegen den LKWs. So, und wenn du dann auf der Ausfahrt bist, dann fängst du an mit Abbremsen. Wenn es funktioniert. Wenn du zu schnell bist, natürlich davor kannst du schon, aber so sollte es eigentlich sein. So, Baustelle. Super blöd. Teilweise ausgeschildert, die Baustellen, wo man lang muss. So wie hier, der silberne vor uns, der fällt jetzt ein bisschen weiter zu rechts und schaut euch das an. Zumindest wäre doch jetzt cool, wenn dir so ein Pfeilwerder nach links unten zeigt oder sagt, du, am Hindernis sind links vorbei oder irgendwie sowas. Weil das ist wirklich verwirrend. Wenn du nicht ortskundig bist, ich glaube, ich würde auch erstmal versuchen, hier lang zu fahren. Oder wäre jetzt erstmal meine Idee. Und dann würde ich sehen, oh, geht der doch nicht. Und dann müsste ich, dann müsste zumindestens die Abbiegefeile mit der gelben Markierung irgendwie durchgestrichen sein. Ja, also da muss ein bisschen mehr kommen. Also da kann ich den absolut verstehen, den silbernen, dass er sich da total verfährt. Danke Domi. Danke Domi. Für die coolen Videos. So, wir sind wieder beim Bauleiter. Und unser Bauleiter rastet jetzt ein bisschen aus. Kann ich aber auch absolut verstehen. Weil ich verstehe es auch nicht. In Bielefeld, in Bielefeld, in Berlin, wenn die Polizei kommt und sieht, weil die hatten ja nichts. Einmal ein bisschen knirsch. Wenn die Polizei kommt und sieht, da ist ein Riesenstau. Der Unfall ist eine Behinderung, obwohl es nicht sein muss, weil die Karren hätte man ruhig auch beiseite, weil da ist nichts kaputt, nichts wirklich. Und die motzen die an. Die sagen, warum fahren sie denn hier nicht weg? Ja, er macht Fotos. Tauscht Adressen aus von mir aus. Die Namen, die Telefonnummer, die Versicherung. Aber fahrt dann erstmal bitte zur Seite. So, wir sind mit Marcel unterwegs. Und was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Sperrfläche, es geht los. Oh ja, da sagt er es. Oh ja. Und jetzt kommt, was ich schon seit, 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 geraumer Zeit nicht mehr benutzt habe. Und als ich das gehört habe, Frau Marcel, musste ich so schmunzeln. Da fiel es mir wieder ein, ja, das hatten wir vor langer, langer Zeit ja auch benutzt. Pass auf. Doppelte durchgezogene Linie, interessiert die nicht. Fuck, es wird weiter überholt. Warte, sowas ist nicht nur König, sondern sowas ist doch auch, Achtung, ein Steuerzahler. Der darf das, der hat dafür bezahlt. Ja, er ist Steuerzahler. Er darf fahren, wie er will. Es gehört sowieso irgendwie ihm. Alles hier. Sehr gut. Sehr gut. So, wir sind mit Mats unterwegs. Wir befinden uns auf dem Parkplatz. Liebe Freunde, wir verlassen jetzt den Parkplatz. Das erkennen wir daran, an diese dicke Linien, dass wir jetzt diesen Parkplatz verlassen. So. Also fahren wir jetzt hier rum. Hier sehen wir auch nochmal die dicken Linien. Das bedeutet, alles, was jetzt rechts ist, ist Parkplatz. Wir fahren jetzt hier rum. Es ist eine offizielle Fahrbahn jetzt. So. Wir fahren weiter. Ich glaube, ihr wisst schon, was kommt, oder? Ja, ja, ihr wisst schon, was kommt. So. Hier sehen wir auch nochmal die dicken Linien. Eins, zwei, drei. Die grenzen ab von dem Parkplatz. Heißt jetzt also, dass derjenige, der jetzt von rechts kommt, eigentlich warten müsste. Es ist kein rechts von links. Oh, Matze, Matze. Immer höflich bleiben. Genauso sind sie. Ne? Immer schön höflich bleiben. Richtig. 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 Kamera. Das geht ja zum Fahrlehrer und dann lästern wir. Richtig schön. Über diesen Audi-Fahrer. So muss es sein. So muss es sein. Nein, Matze, ist es nicht. Wir sind wieder mit Ralf aus Bielefeld unterwegs. Guck mal, Sperrfläche. Oh, Sperrfläche. Oh, ihr wisst, was kommt. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte. Ich dachte. Oh, warte. Da kommt noch eine Sperrfläche. Oh, ich höre schon. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der B***-Frossmann, der B***-Frossmann, ich dachte, ihn gibt es gar nicht mehr. Sie sagte, hallo, Liebling, die Kühltruhe war leer. So, welcher Song war denn das? Ab in die Kommentare damit. Ich bin gespannt, wer es weiß. So, wir bleiben bei Ralf aus dem wunderschönen Bielefeld. So, wir befinden uns hier auf der geradeaus-Spur. Neben uns ist eine Linksabbieger-Spur. Und ich habe so einen Verdacht. Ja, der Ralf, er sitzt hier im LKW und das nervt natürlich ein paar PKW-Fahrer. Und zack, wird er mal schnell überholt über die durchgezogene Linie, mein Freund. Äh, nicht geil. Nicht geil. So, wir sind mit Ralle unterwegs. Und Ralle hat ein klitzekleines Problem. Man nimmt Ralle nicht wirklich wahr. Ich weiß nicht, ob man denkt, Ralle ist ein Fahrradfahrer oder Ralle ist so schmal, das ist, also, keine Ahnung. Aber wir schauen uns das mal an. Hier gibt es eine Verengung. Dort auch. Uns kommt einer entgegen. Und ja, der denkt ja nicht mal ein bisschen weiter rüber zu fahren. Nee, ganz im Gegenteil. Der lässt sich richtig in Zeit und schneidet Ralle jetzt also. Wuck. Und das war, das war jetzt ein bisschen knapp. Ralle ist jetzt noch ruhig geblieben. Ralle ist noch ruhig geblieben. Jetzt geht es erst mal weiter. So. Hier dürfen wir 30 fahren. Wir gucken mal ganz kurz auf Ralle Stacho. 41. So. Und Ralle fährt schon. Seht ihr? Ralle fährt schon mittig. Der weiß schon ganz genau, was jetzt kommt. Der fährt schon mittig, um den Leuten nicht das Gefühl zu geben, je weiter rechts ich fahre, ja komm, du schaffst es jetzt noch durch. Irgendwie kannst du dich hier noch durchquetschen. Das bringe ich auch meinen Fahrschülern bei. Wenn uns jemand entgegenkommt, der ein Hindernis hat, fahre nicht so weit rechts. Du lädst ihn dazu ein, dass er sich da durchquetschen will. fahr ruhig mittig wie immer. Puff. So. Das versucht er hier auch, aber da kann ich Ralle verstehen, da hat er jetzt ein bisschen ausrastet, weil so, also das ist, keine Ahnung, es wird nicht überholt oder es wird nicht vorbeigefahren an Hindernissen, wenn es Gegenverkehr gibt. Und Ralle gehört auch dazu. Ralle ist hier Gegenverkehr. Und dass er jetzt so ausrastet, will er jetzt zurückfahren? Oh, will er jetzt, will er jetzt zurückfahren? Ralle beruhigt dich. So, wir sind jetzt wieder und ihr, ihr Freunde, ihr wisst ja ganz genau, ich und hier die ganzen Namen, äh, the, also mein Vater würde jetzt so lesen, the tardiness, so, the tardiness, fährt jetzt hier also hier schön mit seinem Fahrrad lang. Oh, ich höre es schon. Schön überholt. Alter Schwede, sagt er da. Ja. So, wir fahren weiter mit unserem Rad und wir nähern uns einer Einmündung und jetzt schaut mal nach rechts, der große LKW. Wenn wir jetzt hier nicht mit unserem Fahrrad abbremsen, ey, und er guckt noch zu uns, er guckt noch zu uns, er muss ja links absichern, er möchte ja rechts abbiegen, also er hat uns gesehen, aber das Problem ist, uns sehen und uns akzeptieren, sind zwei verschiedene Sachen. Würden wir jetzt hier mit dem Fahrrad nicht anhalten, ey, das sieht so aus, als hätte er uns gnadenlos überrollt. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Das kann es, und, dass wir hier noch so ruhig sind und hier nicht rummeckern, Hut ab. Durchatmen, weiter geht's. So, wir sind wieder beim Bauleiter. So, es wird zweispurig. Wir ordnen uns rechts ein, das scheint ja geradeaus zu sein. Und der Pkw vor uns, der ist, also der hier, der ist auf der linkster Pkw-Spur. Der LKW ist auch auf der linkster Pkw-Spur. LKW hat ja immer das Rechtsfahrgebot innerorts, wenn mehrspurig ist, außer wenn er links abbiegen möchte, dann darf er von Rechtsfahrgebot abweichen und dann praktisch auf die linke rüber, weil zum Links abbiegen, er muss auf die Linksabbieger-Spur, weil sonst wird es logistisch ein Problem, weil dann dürfte er ja nur geradeaus und rechts abbiegen. Und ich weiß, dreimal rechts ist auch einmal links, eins, zwei, drei, genau, ist auch einmal links, aber unnötig. So, was macht denn jetzt der Pkw? Der sieht das und zieht jetzt einfach mal rüber. Ist geil, oder? Ohne Absicht dann gar nichts rüber und dann erst gucken und dann sieht er, ui! Und Gott sei Dank ist er hier so aufmerksam und muss jetzt hier auf diesem Parkplatz über den Bordstein hier rüber hupsen, sonst hätte es richtig geknallt. Leute, spontane Entscheidungen, gefährlich. So, ihr Lieben, das war es schon wieder gewesen. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann bitte Applaus. Dankeschön. Und nette Kommentare in die Beschreibung unten, äh, nee, nette, nette Kommentare in unten, in die Beschreibung, nee, in die, äh, ihr wisst schon, nette Kommentare drunter, liken, abonnieren und so weiter und so fort. Ich würde mich wahnsinnig freuen und das war er, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Fahrlehrer des Vertrauens und danke fürs Lästern, meine liebe Lästerschwestern. Das war er, jetzt bin ich auch wirklich raus. Tschüsskowski, das war er, bye.